Darf ich bei denen spielen? Ne, das hast du nicht. Bist du valuable für euch, oder? Sei herrlich. Sind wir auch ready? Alle da? Let's go, let's go. Let's get this Brett. Abfahrt, Jungs. Also, wenn ich... Schenks offen lassen, diesmal, ne? Was? Schenks offen lassen. Ah, ja. Ich glaube auch. Mein einfaches Teamfight kommt easy peasy, oder? Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, haben wir einfach heute zwei Best of Threes. Es sind niemals drei. Wir haben jetzt das heute, also das jetzt, das Aktuelle, und wenn wir es verlieren, noch Best of Threes im Lower Bracket. Und wenn wir das verlieren, sind wir raus, und wenn wir gewinnen, sind wir weiter. Ich glaube, ich habe auch nur Zeit bis 19 Uhr, ne? Ja, deswegen, ja. Oh. Also, ich kann... Den ganzen langen Weg kann ich, glaube ich, gar nicht mitspielen. Ja, aber der ganze lange Weg... Ja, kommt drauf an. Wenn wir Lower Brackets 2-0 gewinnen, wird es sogar gehen. Was wollt ihr bannen? Was wollt ihr bannen? Ähm... Was war das andere? Ari? Ari, oder? Ja, oder Ari? Ja. Let's go. Und jetzt aber Jinx nicht, und stattdessen können wir... Boah, ich weiß gar nicht, was man sonst bannen kann. Hm. Nautilus vielleicht? Aber der Typ war also. Ja, genau, der Typ war. Und deswegen kann man ja einen Champion rausnehmen, der easy ist. Oder wir picken Nautilus. Ich bin für alles offen. Aber ich... Ja, ne. Ich bin für alles offen. Nautilus auch Bann. Nautilus Bann? Gar nicht. Warte, ich würde... Ja, mach mal, mach mal. Aber ich hätte, glaube ich, schon lieber irgendwas anderes weggemacht. Nautilus hat value mit der Ult. Auch wenn du nur 30 bist. Weiß nicht, der hat seine Ultis manchmal auch einfach in die Luft geworfen, sagen wir es mal so. Was wollt ihr picken? Wollt ihr Jinx picken? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay, okay. Ich gebe dir auch meine Lulu zu deiner Jinx. Auf gar keinen Fall, bitte. Ja, bitte nicht. Ne, das ist schon immer noch so ein Braum oder so. Ich hab's versucht. Mal schauen, was die nehmen. Als ob dir das Yumi-Gameplay gestern nicht gefallen hat. Du liegst doch. Ist Braum gut? Die wäre schon echt toll. Ey, Braum ist actually sogar decent gegen Twitch, weil du seine Ulti blocken kannst, ja. Aha, okay. Andersrum willst du aber auch eigentlich über Zugang haben zu Twitch. Genau, genau, genau. Es ist so ein zweischneidiges Schwert. Braum dann anders irgendwie Backland-Dive. Oder, ja. Da würde ich ja nicht blinden, aber später vielleicht. So, da ist der Viego. Ich würde sehr gerne Elise da rein spielen. Oh, geil. Ja, dann würde ich sagen, top, die Wette gilt, ne. Elise, rein. Willst du Elise spielen? Okay. Geil. Wir müssen nicht EDI mitgehen. Ich würde sagen, wir können auch gucken. Ja, wenn wir jetzt Zeit haben. Was wollt ihr gegen Twitch? Wollt ihr schon Support picken oder warten? Hm. Gibt's irgendwas Geiles? Alistar oder Renata oder so? Ne, das ist blind alles. Das ist nicht so geil. Ey, Nautilus ist halt hier der einzige Support, der gut ist. Braun blind ist halt terrible. Dann gehen die Twitch Lulu. Also, ich weiß nicht, ob ihr das wollt. Oder Twitch Soraka. Ja, das Ding ist halt erst kein Support-Main. Ich weiß nicht, warum wir überhaupt argumentieren für Support und Counter. Sie ist gerade. Ja, nein, aber das Ding ist, egal, ob er Main ist oder nicht, wenn wir hier Braun picken und er pickt Soraka, ist es trotzdem immer ätzend und Soraka hat auch kein hohes Skill-Sealing. Also, das ist jetzt aber halt nicht so smart, dann einfach Mitte zu blinden, ne? Ja, also vor allem jetzt Zett Mitte ist jetzt schon echt nicht so blindable. Na, es ist okay. Okay, Lehens hat heute Mittag auch Annie Support gespielt, aber es... Ja, das ist Annie Mitte, ist das, der spielt die. Okay. Das Counter für Zett halt. Aber ich kann einfach über Side-Lane spielen, dann. Ich glaube auch, wir können Side-Lane spielen. Mit Game. Wie finde ich, ist Jinx überhaupt spielbar gegen Twitch? Schon sehr gut. Ab Level 6 muss ich die ganze Zeit aufpassen. Ja, Twitch ist der beste Counter, oder, für Jinx? Na, ich finde, Jinx hat halt mit vielen Lanes. Also, es ist nicht so, als wäre es jetzt. Also, ich finde, Twitch käme ich halt im Late-Game auch mit. Man kann sich halt immer irgendwie... erwischen. Ich glaube, ein bisschen Solo-Q ist skewt, weil Twitch in Solo-Q halt echt sehr guter Champion ist. Ja, na ja. Also, richtig krass. Ich würde gerne Hardrocks ausnehmen, ist okay? Ja, ja, Band-Termin. Ja. Okay, okay. Also, mit Kisate. Aber eigentlich bringt er den nicht genug Engage, ne? Ich würde auch ungerne nach Nasuma entführt werden. Achso. Wirst du nicht so Nasuma? Tschö, tschö, tschö. Tschö, tschö. Jetzt zum Warm-Up eine schöne Runde Bulletschacht dominiert. Jetzt kann eigentlich alles, jetzt kann es losgehen, ja. Aber die können hier gar keinen Enchanter eigentlich spielen, der Combo. Das wird auch komplett wack. Enchanter? Ja. Jedoch, die könnten Enchanter tople Engage gehen, aber... Ich glaube, es ist einfach ein Leona-Engel, oder? Ja, finde ich gut. Warum brauchen die Engage? Wie? Naja, Vigo ohne Setup sucks. Für uns, für uns, für uns, für uns, Leona. Ja, für uns, Leona. Gibt es noch was anderes? Gibt es anderes? Renata? Ja, bei Renata ist er relativ... Renata ist auch okay, aber es ist relativ wenig Bums. Ich glaube, wir lassen... Wir halten es auch einfach. Let's go, Kragas, Kragas. Und dann kannst du das auch überlegen. Was denkst du? Nö, ich gehe Leona. Mach Leona first. Ja, ja, ja. Bist du sicher wegen Kragas? Weil dann haben wir wieder ein bisschen viel AP, ne? Ja, tut. Wobei, es sollte eigentlich fein sein. Na, wir haben so viel Engels, okay. Also, Kragas ist schon gut, glaube ich. Kragas ist sehr, sehr gut. Gibt uns Disengage. Kragas ist auch gut gegen Twitch. Wenn der ultet, dann ult ich den ja auch weg. Ja, ja. Ich glaube, das ist richtig gut. Äh, 10 Sekunden? Sorry. Ja, Kragas. Ja, ich war gerade... Ich hab noch eine Idee, bevor du lockst. Okay. Okay, perfekt. Ja, ich, ich, ich frage. 20 Mal Kragas gesagt, deswegen dachte ich. Was war die Idee? Die Idee war Renekton. Ja, wäre auch gut gewesen, oder? Ist auch so ein... Ist, glaube ich, auch sehr gut. Mhm. Ist beides fein. Außer wir lacken AD-Damage, dann ist ich fein. Wir haben ja meinen Set. Keine Angst, Leute. Aber wer, wer kann von den Mercs gehen? Also, wenn die Mercs gehen, ist auch nicht so nice, oder? Wenn Udyr kann Mercs gehen, Mh, was gehen wir jetzt hier? Viego kann Mercs gehen. Ja, Udyr wird 100% Mercs gehen. Muss Mercs gehen sogar. Und Rakan wird Mercs gehen. Wir werden Triple Mercs gehen. Ich schaue auch, dass die zu viele Mercs eigentlich gehen können. Ja, deswegen fand ich, dass es nicht so gut ist, aber es ist okay. Ist eigentlich das neue Unflinching wirklich that bad? Weil gegen die sieht es eigentlich gar nicht schlecht aus. Ich nehme es gar nicht mehr. Ja, ich habe es auch fast gar nicht gespielt. Aber statistisch ist das richtig gut wohl, ja. Ich glaube, gegen deren Team ist es legit fein, oder? Weißt du doch, also für mich zumindest. Leute, ich bin ganz kurz afkar. Vielleicht müsst ihr pausieren. Eine Minute. Ich bin gleich wieder da. Okay. Wie fall ist das? Gehst du Mercs gerade? Ja, oder? Ja, ja, ja. Weil ich bin der Einzige. Den brauchst du ja vielleicht nicht. Du brauchst ja nicht noch mehr Tenacity. Aber Mercs, äh, Unflinching ist kein Tenacity mehr. Du bekommst Sets, wenn du zu Zit bist. Okay, perfekt. Echt? Ja, ja. Das haben die schon ewig gechanget. Also ich glaube, ich bin halt das Einzige freie VEGO Reset Target. Deswegen will ich einfach so tanky wie möglich sein. Das ist tatsächlich richtig, ja. Deswegen habe ich jetzt auch in dem eigentlich winning Match auf Aftershock dabei, nur damit mich der VEGO nicht sofort smitert. Ein guter Call, actually. Summon Eri in die Mitte. Ja. Ey, wir müssen pausen, oder? Das haben wir Chovy zu verdanken, diese Scheiße. Das ist nicht playable für dich, ne? Das ist rough, ja. Aber ich glaube, also Leonhard kann actually any relativ einfach killen. Glaub ich. Außer die geht Mercs. Von Werk aus. Das ist aber nicht unwahr, ne? Toplaner sind immer alle crazy. Toplaner sind for sure die größten Psychopathen im Game. Ja. Ich glaube, wir können Botlan eigentlich, das sollte unser Fokus sein, die richtig zu abusen, ne? Weil die sind ja doppelt aus. Ja, ja, deren Lane ist übel weak. Ja. Der Crossover ist Eddie Carimane, aber ist halt, keine Ahnung, was... Sieht nicht so aus. Okay. Ich würde mich freuen, wenn Aggressionen nur mit mir kombiniert werden. Der Papa von Crossover schaut übrigens mein Stream. Ja, ist auch besser so. Ist auch relativ besser so. Der Papa... Ja, also passt auf, was er sagt. Ich finde, den Moritz ist ein sehr lieber Junge. Ja, komm, du gehen raus an den Fatty. Es gibt auch andere Karrieren da draußen, ne? Mal drüber nachdenken. Okay, der war gemeint. Entschuldigung. Frag No Way mal, wie er sich bei Final Fantasy genannt hat. Ja. Kani Mani heiße ich. Süß. Weil da gab es so einen süßen, so einen süßen kleinen Goblin. Der sieht so aus wie du. Dann habe ich den Kani genannt. Oh, mein Gott. So ein kleiner, so ein kleiner, süßer Zwerg ist das. Okay. Der sieht aber echt, der sieht die Ausführung aus dem Gesicht. Wieder da. Der hat auch diesen trotzigen Blick, wenn Brücki irgendwas sagt. Und so die Hände so zur Seite stemmen. Okay, muss ich mir eigentlich anschauen. So. Seid ihr mal ready? Ja, ja. Das liegt nur in dir. Dann er. Okay, okay. Let's go. Let's go, let's go. Diesmal, glaube ich, einfach normal Cover. Keine Worts geben. Unmöglich. Ja. Ey, ich glaube, wir können in der Mitte kuhn. Alles klar. Können wir irgendwas machen mit Rakan? Über irgendwelche Wände? Jumpmort oder so? Ja, könnten wir das hier. Das ist das Einzige, was wir machen können. Ja, ja, ja. Darauf aufpassen, auf jeden Fall. Es ist ja schon lustig, wenn ich jetzt Back-to-Back-Level-1 festblattet werde, oder? Ja, ja. Wäre sehr witzig. Ja, let's go. Das wäre eine super Sause. Ich habe einen Sweeper. Wir können Level 2 machen. Wir müssen das zusammen machen. Ja, warten, warten. Wir können das. Wir müssen alle zusammen machen. Alle 5. Ja, du hast dich nicht. Actually, Sweep hier auch. Maybe hat er Double Ward. Ja, ich fang hier an gleich. Ja, ja, ja. Aber warte, ich sollte nicht nehmen. Mach dir mal. Ist egal, man kann zu 5 Scham. Das ist mittlerweile wurscht, glaube ich. Okay, nice. Und Zombie Ward. Junge, tief rally. Let's go. Weil hier hätte ein Ward sein können, ne? Ja, so, die ist jetzt nicht gegangen, oder? Nee, so, die bade er nicht. Nee, 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 nee. Ich habe 8 XP bekommen. Das ist ja der größte Scam. Ha, nicht crazy, dass das reichen kann, ne? Ich habe richtig Angst, dass der... Ich kann dir nicht schreiben. Das ist, dass du UD nervt, meinst du? Aschel. Okay, Brücki, wann wollen wir buttfacken? Level 2 oder Level 3? Ich bin jetzt nicht immer Winning gegen Twitch. Wenn wir zum Beispiel über Million Ways hinwegfighten, bin ich losing. Ja, der spielt auch PTA-Cleanse. Also, wir müssen eigentlich vorsichtig sein. I feel you, I feel you. Okay, nice. Also, ich glaube, ich spike Level 3 nochmal sehr hart. Und bei Rakan ist eigentlich keiner whatever. Ja, ich kann eigentlich von VEGO gehopst werden, jetzt. Gibt auch die Combo mit Twitch-Gate-Invest und dann EW-E, ne? Ja, ja, ja. Also, das ist eher mein Thema, aber. Ja, wir haben wieder keine Informationen in der Bewegung. Mhm. Red Trinket auf Bord. Aha. Also, die werden vielleicht... Eine Minute auf mein Wort. Dann lass schauen, dass wir die Wave jetzt crashen. Ich glaube, ich will hier legit base gehen hier. Nach dem Crash. Okay. Und ihr resetet alles. Das ist super. Äh, Bot resetet auch. Also, ich werde hier nach den Golems base gehen und top rennen, ne? Okay. Ich denke, wir werden reseten. Direkt? Aber ich kann versuchen zu canceln. Außer erläutern in der Jar. Any top Seite. Bei der Krabbe. Okay, okay. Wieder zurück. Ach, der geht wirklich base hier? Also, ich bin halt noch 20 Sekunden oder so. Du musst, glaube ich, schon noch die Wave nehmen. Mhm. Ich bin fine, ich bin fine. Der hat Krabbe noch nicht. Er hat jetzt erst Krabbe, oder? Rakan ist jetzt auch auf der Map. Aber er ist... Doch, er ist sogar Level 3. Vorsicht für Rakan. Alles gut. Der hat unten angefangen, by the way. Hä? Ich würde eigentlich für die Krabbe hinten gehen, Kanni. Hier, hier, in den Busch kontrollieren. Rakan ist hier. Das kann sein, dass Vigo langläuft. Hier, wo man schon in den, okay? Ja. Bot grump slash dive play, okay? Mhm. Kannst du unten allein die Wave schon mal schieben? Kannst du die Pinkwads finden? Pinkwads hier oder da? Was? Die andere habe ich? Ja. Ich würde gleich crashen. Ja, dann rein. Vigo ist aber da. Also, wenn Vigo hier ist, dann erst für Vigo spielen, wenn er crashed ist. Ah, ja. Okay. Lass hier drin warten. Wir warten hier drin. Wir sehen Vigo, wir sehen der Recall da hinten. Ist gecrashed? Noch nicht, nee. Dann crash mal, dann dive in. Not the beat up. Not the beat up. Twitch hat er cleanse, ne? Also, ich werde Q flashen. Und ihr müsst dann direkt... Du musst nicht flashen. Okay. Lass mich einfach langsam ranlaufen. Indy wird vielleicht eben... Oh mein Gott, ich habe Aggro behalten. Ich habe es so misplayed. Holy shit. Als ob ich die ganze Zeit Aggro hatte, man. Alles gut, alles gut. Hey. Äh, beides haben's Twitch. Ignite. Ich bin hier oben. Ich habe keine Kellen. Okay. Ich habe auch keine Mana. Ich fahr zurück, die BN. Ich habe sehr guten Base. Ich werde jetzt noch Basen brückeln. Ich bin level 6 in 2 Minions, by the way. Oh, der ist 1 AP. Okay, Dragon darf er nicht, ne? Äh, ich bin Base, actually. Not sure. Ich denke schon, dass er darf. Ich kann den noch... Will das probieren? Ich freeze. Kannst du den BN rauspischen? Ich freeze unten rein. Ja, ich kann dich auch machen. Dann mach das mal. Vielleicht... Ich laufe jetzt los. ...haben die den nicht in Time, aber es sieht schwer aus. Es sieht sehr schwierig aus, also... Ja, Top-Bender-Speed am Base, by the way. Das ist 1 AP. Jetzt will ich kollapsen, jetzt will ich kollapsen, jetzt will ich kollapsen. Okay, stay. Annie ist hinter dir. Annie kommt hinter dir. Ich komme, ich komme, ich komme. Wir sollten gewinnen, wenn du das überlebst. Aber Annie hat noch Flash. Kannst du dich anflashen? Ich habe keinen Flash, ich habe keinen Flash. Wollen wir auf Annie gehen? Annie? Annie Flash. Annie hat Flash. Twitch vielleicht? Wir sind... Ah, ihr könnt da auf jeden Fall aufholen. Oh, mein Gott. Die haben alle noch Flash. Ich steck crazy. Nee. Die hat nix. Nee, das war Leona Flash. Viego ist da geflasht bei mir. Viego... Viego Annie habe ich gesehen. Wir machen jetzt Dragon, wir machen jetzt Dragon. Ja, ja, ja. Was? Wurde, er ist am Basin? Muss aber draufhauen, glaube ich. Ja, ja, ja. Wäre die du vielleicht auch, wenn du die Wave drin hast? Hm? Die brauchen wir nicht, ne? Nee, nee, haben wir, haben wir. Okay. Okay. Nice, nice. Annie ist ein bisschen stronger jetzt. Oh, kein Flash. Vielleicht können wir die einmal abholen. Aha. Twitch-Mittel. Die holen dich ab, ja. Ein Mittel. Twitch ist... Die gehen jetzt für Goobies. Können wir dann Botter-Diven? Ja, ja, keine Sammas, keine Sammas, keine Sammas. Höchstens sein Cleans... Er ist ein Cleanser, ich schüttel ab, aber kein Flash. Ein Problem ist sie, Annie kamert, ne? Ja, da Khan ist auch schon wieder unten gemovt. Das ist nur der, der Virgo, der die Solo macht oben. Khan, nee, du geil. Noch ein Action, eh? Also ich hab zwar einen Move, aber... Die Wave ist vielleicht ein bisschen zu früh gecrasht. Und ich würd dafür trotzdem mal gehen. Der hat ja keinen Flash. Virgo hat nur einen Goobie genommen. Der hat jetzt auch Mercs, der Boy hier. Also wir müssen in die Base. Vielleicht eine Platte nehmen wir. Boah, ich bin fucking Level 3 immer noch. Das ist ein viel Spiderman. Pjoa. Ich bin 30 CS ab, aber ich spür nichts davon. Noch nicht. Oder du hast eine Menge Kills, ne? Ja, wie gut war es, aber zu sein, ne? Ja, eigentlich noch. Damit ist echt low. Killpresher, nee, ne? Mit kein Flash, nach wie vor. Mh. Ich kann jetzt mal in der Mitte folgen, zumindest Ich komme, ich komme, ich komme auch Ich glaube, die wollen nur crossen, weil sie denken, ich bin am Dingerns hier Udi move vielleicht von top, ne? Ja, Udi ist arriba Das will ich gucken Ja, ich move, alert marks, denk dran Ja, komm raus Er wird sein Dingern benutzen, ne? Ja, wo ist Andy? Ich muss sie noch spielen Ich muss sie noch spielen Ich muss sie noch spielen, ich würde spielen Komm, wir können diven Ehm, einfach grubs, machen wir einfach Pass mal auf nicht, dass sie dich irgendwo cheesen Botlane Doch, die können überall sein Äh, der Vigo ist an seinem Raptor, vielleicht können wir den da killen, Freddy? Äh, ja Nach der Wave, ja Kann Rakan da sein? Ja, 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 die Botlane ist, ist jetzt missing Erst rauspushen kann ich? Ja, ja, wir helfen pushen Ich schau mal dafür Der, der kann legit, der Rakan wird top sein 100% Okay Ja Ich schau dafür Udi ist einer B Die sind Mitte zu dritt, die sind Mitte zu dritt gerade Okay Ich hab ein paar kleine bekommen ja nicht Twitchspot Ich komme hoch, wollen wir dive Ja, 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 ja Ja, 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 ja Die kommen aus der Mitte, wir müssen schnell sein, Leute Ja Ich komme dazu Udi ist super, der hat keinen Schild mehr Der hier, der hier Der ultet mich Ja, kannst du was? Ja, ja, ja Good job, good job Oh, actually Jetzt müssen wir, wir müssen Twitch Twitch keine Slums Twitch ist fine, ne? Oh, verbläht Ich hab sie beide geslowt Ich hab eh in 6 Nice Nice, nice Die sind beide getfleisch, by the way Campen hier? Campen, campen, satturkst du dich Eh in 2, eh in 2 Ich hab, ich hab Rohr in Base, by the way Ich bin supergut ingame Mh 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 Actually getrollt Ich werd Lärm durchs gehen müssen, ne? Mh 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 Der Twitch hat alles raus, ja Mh Mh Also vielleicht können wir für den Dragon spielen Mh Mh нее Mh doing Mh Guil Mh Mh Der hatte Udi TP. Kein TP, kein TP. Der könnte theoretisch durch Turtles laufen, aber... Ja, das ist richtig. Vigil ist schon im River? Ja, können wir contesten. No Flash, no Flash. Einfach anflaschen. Ich komme, ich komme, ich komme. Aaaaah. Bisschen zu schnell wegstehen. Vorsicht, geht raus, geht raus, geht raus. Eine und Vigo haben keinen Flash. Eine und Vigo haben keinen Flash. Es ist, glaube ich, nicht so selbst. Vigil ist raus, Vigil ist raus, Vigil ist raus. Twitch keines Amens, Twitch keines Amens, Twitch keines Amens, Twitch keines Amens. Äh, wir hätten das spielen können. Ich glaube auch. Oh, du bist du, actually. Wie? Das war ja nicht mal knapp. Och? Wir hätten, glaube ich, nur Autodesk benötigt. Ja, aber Twitch hat hier geultet und danach kommen wir nicht mehr rein. Also, es ist nicht so, als hätten wir so ein paar Sonnen auf mich. Der ist jetzt gerade alleine am Dragon dran, aber ich glaube, den hat er in der Zeit. Ich kann hinmoven, Andy moved auch. Oder kann es bei mir, what the fuck? Das hier ist ein bisschen weird. Die Andy ist irgendwo hier. Ist wieder rausgelaufen. Mhm. Ähm. Rakan läuft jetzt gerade das Base raus. Hat die Andy Flash? Ich finde, jetzt gerade hochkommen. Ich glaube, wir können den oben killen. Ich glaube auch, ich glaube auch. Der hat halt keine Armor. Virgo ist hier. Ja, ich habe 29 auf Ult. Ich nehme noch eine Wave, dann komme ich mit Ult. Okay, okay. Ich weiß, wie viele Vision haben die Bots? Twitch ist hier, Twitch ist hier. Ich glaube, wir sollten Action wieder probieren. Der Twitch hat keinen Flash, aber cleanse. Der Twitch hat auch keinen Flash und kein DB. Mhm. Ich komme, bot. Ich komme, bot. Aber den kann ich wahrscheinlich schießen. Bot, der ist Level 8. Der Kerl. Meinem Level. Rein, rein, rein. Bot, live, rein. Bot, live, rein. Ich komme jetzt hoch, ja. Okay. Live fast. Dann nimmt dran. 3 Minions reichen. Einfach rein, Kanye. Old, 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 old. Ja. Weiter, weiter, weiter. Ich tank. Ich tank. B in 3, Freddy. Aber wir sind tot. Wurde hier einfach killen. Ja, ja, ja. Nice, Freddy. We're played. Sorry. Also 1000 Gold Shotdown für Jinx. Ja, das ist insane, actually. Good job, Leute. Man will wieder spielen. Kids, wir müssen nur noch spielen. Äh. Wir müssen nur eine erste Match spielen. Ich save 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 save. Ähm. Twitch lockern werden mit der Spawnung gleich. Weitem zu 700 Gold, Wego hier. Ja, ja, ja. Wird die schon da sein jetzt? Ja, 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 ja. Hat die NDB? Ok, Twitch stopp. Was für Suns hat der Twitch? Ist doch da gelaufen. Der hat keinen Flash, aber hat Clans jetzt. Ich komm mit hoch. Die haben mich gespottet. Es kann auch sein, dass sein Flash-Lutid jetzt abkommt. Ich hab ihn nicht genau getimed. Ok, die haben mich gespottet, die haben mich gespottet, Freddy. Ok, ok, ok. Äh, wie machen wir unser Land Assignment jetzt? Für mich ist es fein. Also ich kann jeden matchen. Ich kann jeden matchen im Gegner-Team. Offensprechend, ich glaube ich keinen matchen, aber... Bist du Mitte, Brücki? Ich glaube auch, ja. Wollen wir traden oder wollen wir contesten, Leute? Ah, lass counten, lass contesten. Udi hat's Bot. Der hat TP wieder, ok? Wir müssen glaube ich... Trap mal die Annie. Annie von Mitte wird ins Rücken fallen, ja. Trap die Annie, trap die Annie, trap die Annie. Der TP heißt in 40, ne? Hat die Annie Flash? Wissen wir nicht. Wir contesten. Wir contesten, ihr müsst raus. Trotzdem Annie. Ja, ja, ja. Irgendwas was? Wir müssen raus. Wir können einfach zwei da kaufen, Leute. Ich hatte keinen Bot pushen. Wenn wir nicht greenen, wenn wir nicht. Push Midlane? Annie Flash? Ich bin fine. Hast du noch was? Nee. Schade, Mann. Oh, nice try. Boah, Junge. Holy shit, was? Leider zu tanky war für den One-Shot, ist echt traurig, ne? Ich hab einen. Ja, ja. Ich krieg einer Braun-Türung. Mhm. Alter. Was ist das haben die benutzt? Äh, Annie Flash? Ich glaub das wars. Ich bin mega gut hingegen, weil... Äh, der Vigo macht gerade das, wird er nach da hingehen. Eigentlich, wir sollten Harrod rushen. Ich glaub auch. Ich hab auch DP in 15. Ja. Wie viel Leben hatte der Vigo, der ist full, ne? Ich glaub der ist full. Und auch Rakan in der Nähe. Vielleicht find ich den Titian, ne? Hau auf den Harrod, hau auf den Harrod, hau auf den Harrod. Oiski, poiski. Flex bringt viel. Jan ist die Flash, right? Ja ist sie, ja ist sie. Okay, gut. Hat Twitch geulted dabei im Fight at all? Der war gar nicht dabei. Der war top. Ich schnell. Ja. Oh, TP für mich. Nice, nice. Ja, du bist, glaub ich... Annie hat keinen Flash, ne? Twitch kann er holen, Twitch kann er holen. Ja, ja, ja. Annie keinen Flash, Annie keinen Flash. Ich hab Cola. Annie hat nix, Annie hat nix. Langsam spielen, wir können gewinnen. Kein Reset geben. Nein, ich hab gute Flaschen, ich hab gute... Okay, ja. Twitch ist hier, Luke Twitch. Nene, das ist auch alles, aber... Vigo hat Reset auf Jinx. Ah. Ah, jetzt stummt. Der kriegt mehr, der kriegt mehr, der kriegt mehr. Ich hab'm Stunned. Okay, not bad, not bad. Aber Twitch ist dead. Äh, Dragon ist gespawnt, aber... Haben wir den Herald aufgesammelt? Nee. Ach, schade. Äh, Twitch hat Flash raus. Beide Carys haben keinen Flash. Der hat keinen Lockett, der hat keinen Lockett, der... Der hat keinen. Äh... Warum hab ich denn keinen Herald-Recall, what? Ja, du musst das Auge aufsammeln, damit... Können wir den Dragon Contest? Echt? Twitch ist noch tot und wir haben Gragas TP in Tal. Ich hab' DP. Ich hab' auch... 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 Und dann... Ich glaub' wir spielen auch zwei Items, oder? Also wenn Jinx zwei Items kriegt, wir können vielleicht sogar für Fights gewinnen. Wenn wir den Reset kriegen... Reset Fight ist auf jeden Fall... Ein Flash... Kein Flash Anywhere, man. Actually... Die hat... Sehr viel CDR. Ich kann dir nicht helfen, der Akani, weil... Udiya Bot! Udiya Bot! Ich bin am Chillen. Ja, wir können auch... Vielleicht nicht hinter... Pass auf! Die sind alle hier! Die sind... Rakan und Ego. Ich hab' DP. Rakan ist mit. Rakan ist mit. Ich mein' hinter dich stellen und wir kehren zusammen den Udiya. Weil ich zerstör' den, glaube ich. Udiya? Ja, wie Ego, oder? Udiya stopp. Ich hab' leider keine Worts mehr. Du musst denen immer Prior-Game, Leute, ne? Okay, okay. Ja. Das Einzige, was funktionieren kann, ist auf den Pink-Worts zu trappen, maybe? Aber... Wir wissen nicht, ob Rakan direkt hinten dran ist, ne? Neee. Oh, ich... ich komme. Doch, Rakan ist dahinter, doch. Oh, mei. Oh, Twitch... Naja, das ist nicht gut. Die pinnen auch. Die pinnen auch. Twitch kein Cleanse? Nicht gut. Kill den Buster. Hab' ihn, hab' ihn, hab' ihn. Okay, ich hab' ihn. Aber wir verlieren das. Wir verlieren das. Okay, okay. Vielleicht haben die da am Anfang schon Bursten, oder? Ja. Mal wett, mal wett, mal wett. Äh, Twitch hat beide some skills, grad wieder. Okay. Äh... Die starten... Die starten hier keinen Nash, oder? Ich... ich hab wahrscheinlich nicht startet. Ne, ne, die starten, die starten. Hat gut von dir? Können wir das? Ich geh' runter, ich hab' den B-Job. Mhm. Können wir? Ich hab' 2. Okay, nice. Oh. Ja, wenn du auf den Stun triffst, ne? Er hat keinen... Ja, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob zu lösen. Lora Khan. TP, TP. Und UD kommt von hier, UD kommt von hier. Genau, genau. Aber auch nicht zu bad, ne? Aber wir haben TP bekommen. Ja, ja. Hab' ihr Blue Trinket? Die werden Nash'n jetzt. Ja. Müssen die nicht base'n? Die sollten noch base'n. Ich brauche Hilfe. Komm' dazu, komm' dazu. UD ist fine, alright? Ist fine. Ja. Ah, die könnten wirklich dran sein. Jetzt können die Nash'n, ja. Ja. Argon muss base'n. Ich glaub, die machen den gerade. TP machen wir da. Maybe UD töten? Ja, UD lenkt nur ab. Die machen Nash'n. Ja, ich glaub' auch. Ne. Ne, die machen den nicht, okay. Ja. Wir haben keine TPs, Leute. Die werden Bot gehen müssen. Vielleicht können wir einen Pick machen? Vor allem zwitsch der Annie. Der hat kein Old. Der kann. Zeigt sich Bot. Ich nehm' mir mal Nash'n, ja? Ja. Wie's passieren, wenn der Rakan unten ist. Ich pushe top aus. Ich hab' auch Flash. Im nächsten Fall. Wir haben leider keinen TP mehr jetzt, aber... Die Ratte hat keine Sums. Aber die haben auch keine TPs, Freddy. Die haben beide TPs raus. Ich hab' TPs schon in einer Minute. Hier ist ein Viego-Bot. Aha. Ich komm' gleich wieder Mitte. Wir sehen Viego. Annie, stopp. Vielleicht können wir einen Pick machen? Ich hab' heute einen 12. Ja, Viego wird jetzt hochkommen. Ich fang' an unten zu pushen. Pick auf Annie. Pick auf Annie. Ihr seid da alleine, ne? Vorsicht, Brückchen. Ich seh' nicht da. Ich komm' jetzt aus Space. Ihr darfst die Wave nicht pushen. Ja, sie hat Sonya's. Ist egal, glaub' ich. Wir haben AP-Damage. Willst du gehen jetzt in der Mitte? Geht's that way. Ja, ja. Mitteln hat Gigapriom. Ja. Rakan ist hier. Ich mach' mal, äh... Hier? Nee, die sind Bot-Bot. Oh, die Bot. Oh, die Bot. Ja. Ah. Last Ring. Damit hab' ich nicht über den Spot. Ist ein bisschen obvious, wenn du so hard pushst. Aber I guess, let's try. Die sind alle Bots halt. Die sind alle Bots halt. Die könnten 4-Mann-Bot sein, ja. Kannst du irgendwie... Die bleiben nicht, ja. Oder was? Ja. Rakan, er die kommenden 2-Mann inzicken. Wir wollen den Tier 2. Können wir nicht nashen? Wir können easy killen, wir können easy killen, by the way. Okay, okay. Ich hab' den Tier reset. Warte kurz, warte kurz, 5 Sekunden. Ja, ja. Hm. Hast du irgendwas? Gleich, irgendwann. Ja, auf der nächsten Wave spielen. Wo sind die Gegner? Das Problem ist, ich werde von Tibbers gesaugt, ne. Tibbers killte mich. Die hat, die hat aber, ähm, Armgard raus und Flash. Im Top-Tour. Wow. Oh, die Spiel ist auch nicht schlecht. Ja, die hat Flash raus und Armgard. Alter, das war ja fucking clean, ne. Das war Viego-Flash, Rakan-Flash. Das war ja fucking clean von denen, ne. Holy shit. Akobomi, die alte Support-Lagend. Nee, 2-Mann. Das war... Ich hab' uns komplett gegapst. Richtig krass gespielt von denen, ne. Oh. Executed. Ja, das ist schlade, der hat 1000 Gold wert. Aber wir könnten noch einmal deppen. Aber ist das nicht... Wir können Lash machen, wir können Lash machen. Ja, ja. Ist guter Call, ist guter Call. Komm mal, komm mal. Über diese Wave hier. Wir gehen straight, oder? Willst du nicht straight gehen? Vigo ist noch tot. 18 Sekunden. Annie hat TP. Annie hat keinen Flash. Kein Flash, in die Idee. Äh, wir brauchen hier, glaub' ich, Coverage. Äh, wo meinst du? An der Seite? Ja, Twitch kommt hier ran und killt uns alle, glaub' ich. Wo der ist da? Ja, wir sollten... Ja, wir sollten... Oh, Annie ist hier. Wenn du auf Endy gehen kannst, geh auf Endy. Ich glaub' wir müssen turnen. Okay, wir reset. Nice. Fokus auf Heid, Leute. Wir können nicht spielen. Twitch kommt. Twitch hat kein Cleanse. Twitch hat eine HP. Twitch hat eine... Actually, half der GP. Twitch hat kein Flash. Ja, fuck. Ich hätt' direkt crashen sollen, anstatt zu ehnen. Good try. Good try. Good try. Good try. Wow, well played, eh? Content run it is, boys! Content run it is. Crazy. In welcher Liga spielen die? Oder spielen die gar nicht zusammen sonst? Ich spiel' aber nicht zusammen. Doch, 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 doch. Die haben, glaub' ich, letztes Jahr haben sie A1 sogar gewonnen. Die spielen immer nur A1 zusammen. Und... Ja, die spielen ja auch... Also da sind ein paar von auch Div 2 oder nicht? Immer noch. Nee. Ich glaub' Div 2 darfst du nicht sein, wenn du denk' spielst, oder? Nein? Ist wenn nicht immer noch Div 2? Du darfst maximal Div 3 sein. Also, die haben... Wie spielt Akrimi gerade? Richtig. Die haben letztes Jahr haben sie A1 gewonnen. Letztes oder nur. Ja, die sind echt krass, ne? Ja. Ja, richtig... Die haben sich richtig gut bewegt. Richtig gute Calls gemacht. Ich werde gerade gefragt, ob wir auch vor 17 Uhr spielen würden. Ja klar, oder? Wir würden jetzt direkt spielen. Direkt, ja. Direkt, ja. Ja, ja, ja. Rein ins lower bracket, ey. Holy shit. Haben wir schon einen Gegner? Ja. Ja, ja, das anscheinend ist Ryu. Okay. Wer ist Ryu? Also, hier steht... Also, bei mir im Chat schreibt jemand, der heißt, der Ryu Freeze. Würdet ihr auch vorsippen? Wer ist Ryu?